Musik Trocken- und Akustikbau Novotnik GmbH Halthern am See. Seit über 20 Jahren Ihre Adresse, wenn es um die profihafte Ausführung bei der Trockenbauweise geht. Musik Unser eigens für Sie angelegtes Lager hält alle wichtigen Materialien schon Tage vorher für Ihren Bau oder Ausbau bereit. Musik Denn so können wir zügig und ganz in Ihrem Interesse das gemeinsame Projekt effizient angehen. Musik Keine Straße ist uns zu eng. Musik Wir kommen überall durch. Musik Mit ausgesuchten Profis haben wir immer Mut zur Lücke. Musik Sie rufen uns, wir kommen, planen und schlagen gemeinsam mit Ihnen vor. Musik In ganz Nordrhein-Westfalen, der Schweiz und vielen weiteren Ländern schätzt man unsere genaue und zuverlässige Arbeit. Nichts wird dem Zufall überlassen. Hier ist der Chef noch selbst direkt vor Ort, um mit Rat und Tat schnell und effektiv helfen zu können. Denn Absprachen vor und während des zu erbauenden Objektes sind sehr wichtig. Somit kann bei Fragen oder Schwierigkeiten schnell und zuverlässig gehandelt werden. Musik Was du jetzt im Augenblick als erstes machen musst, ist, du musst hier bis zur Dachhaut, zweimal 25 cm rauf und dann kannst du die Wolle stopfen. Und dann hier rüber. Wir arbeiten ohne Beton oder Putz, aber mit Trockenestrich. Denn Trockenbau eignet sich hervorragend für Wände, Böden oder auch Decken. Das heißt, ich muss den Sparren 5 cm aufdoppeln. Wir machen unter anderem Schall- und Brandschutz und kennen uns auch mit Trittschall ebenso gut aus. Dazu verwenden wir nur hochwertige Materialien. Das spart uns Zeit und ihnen wertvolles Geld. Ein Beispiel. Der sogenannte Brandüberschlag, wie in diesem Gebäude, wird mit Glaswolle unterfüttert, die eine Hitze bis zu 1000 Grad aushalten muss und somit die Räume bis zu 90 Minuten vom Brand abhält. Natürlich wird auch Arbeits- und Gebäudesicherheit bei uns großgeschrieben. Bei der späteren Bauabnahme wird ein Prüfungszeugnis und eine Fachunternehmerbescheinigung ausgestellt. Daher muss unsere Arbeit zu 100% genauestens ausgeführt werden. Brandschutz-Massivbauplatten. Moderne Lasergeräte im Einsatz. Hier wird aus jeder krummen Decke garantiert eine Gerade. Sind die Latten in der richtigen Position, werden die Brandschutz-Massivbauplatten angebracht. Fertig ist der Raum mit Wand- und Deckenplatten. Alles genau nach Plan. Jetzt ist der Fußboden dran. Gemessen? Passt alles? Erst dann wird geklebt. und geschraubt. Trocken- und Akustikbau Novotnik GmbH Haltern am See. Auf zur nächsten Baustelle. Und hier werden neue Büroräume erstellt mit Schallschutzdecken. Und wie man hier sieht, gibt es auch Nassbereiche, Duschbereiche, die mit Aquapanelplatten verkleidet werden. Ja, und da sind wir jetzt gerade mit dran. Auch hier arbeiten wir mit dem Architekten oder Bauherrn dicht zusammen. Plan genau und gut. Weil die Firma Novotnik ein leistungsfähiger Partner hier in der Region ist. Besonders spezialisiert auf Trockenbau, die so eine Baustelle hier wirklich von Anfang bis Ende ohne Probleme abwickeln können. Fachleute sorgen dafür, dass unsere Mitarbeiter regelmäßig weitergebildet werden. und lass das dann in der Wand mit ein. Also das Band muss sich ja ausdehnen mit Kraft einwirken, der muss sich ja abstützen können. Und deswegen muss es dann in die Welt einlaufen. Somit sind wir immer auf dem neuesten Stand. Also ich finde das hervorragend, dass man dieses Bewusstsein hat, dass man auch wirklich mal das Beigebracht bekommt. Dass die Leute auch sensibel dafür wären, dass man nicht einfach so mal was einbaut, sondern dass man das auch richtig einbaut und dass man sich da Zeit für nimmt und dass die Leute auch an so einer Schulung teilnehmen können. Das finde ich auch sehr hervorragend. Das ist nicht selbstverständlich. Aber man muss ganz viele Werte berücksichtigen, Vorschriften berücksichtigen, auch die Beschränkungen der verschiedenen Produkte. Und da muss man ein bisschen Kenntnis von haben, sodass man das richtige Produkt natürlich auch richtig anwendet. Ich erzähle dir natürlich, dass es verschiedene Produkte gibt, dass man die Produkte nicht immer gleich einsetzen kann und dass es auch für den Trockenbau extra Produkte gibt, die besonders einfach zu verarbeiten sind, wo man also einen großen Mehrwert hat. Und die Firma kann natürlich dann auch professionell auftreten und solche Sachen anbieten und mitverkaufen, sodass letztendlich dann auch ein bisschen Geld mit verdienen kann. Egal, ob es sich um Ihr Privates, Industrie- oder Firmengebäude handelt. Wir sind für Sie da. Telefon Haltern am See 02364 96 89 04 oder unter www.novotnik-trockenbau.de Moniz-Feder Ret comunque Multi-Feder